Gänsehaut. Begeisterung und pure Emotion. Die Besucher haben ja alle so einen kleinen Chip hier am Arm und darüber werden den ganzen Tag Daten generiert. Und das alles wird hier in Form von Kunst dargestellt. Herzlich Willkommen bei uns. Bei Audi, Future is an Attitude. Und genauso bei den Menschen wie hier auf der OMR. Jeder der hier vorbeikommt, guckt drauf und sagt, wow was ist das? Jetzt wo ich weiß was es ist, dass das gesammelte Daten aller Leute dieser Messe sind, egal ob du was kaufst oder nicht, einzigartig. Ich habe sowas in der Form noch nie gesehen. In jeder Sekunde sieht das Kunstwerk anders aus. Und das Ganze wird dann in eine große Datenbank geschrieben. Das bedeutet, wir wandeln das Kunstwerk als Videodatei um in ein NFT. Und dieser NFT wird am Ende versteigert. Denn wir möchten die UNO-Flüchtlingshilfe unterstützen und spenden alle Erlöse an die Ukraine. Mit Daten kann man auch was Gutes tun. Energie. Oh mein Gott. Mega. Hier geht es um etwas viel Größeres. Nämlich zu was Technologie uns gefällt, Dinge zu gestalten. Inacle. Getra. Gute. Untertitelung des ZDF, 2020